Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Horizon Zero Dawn. Beim letzten Mal waren wir in der Mission die Rache der Nora stehen geblieben und sollen jetzt drei Lager aus dem Weg räumen mit Banditen. Beim letzten Mal haben wir generell hier den Panoramapunkt erobert, da waren ein paar verfluchte Banditen. Haben hier noch eine Quest fertig gemacht mit einem Gegner, der hier war. Ich glaube, das war beim letzten Mal. Ich verlinke euch den letzten Part übers i, da könnt ihr nochmal reinschauen, falls ihr nicht mehr wisst, was los war. Aber für mich ist generell ein bisschen Zeit vergangen und zwar etwas mehr als drei Wochen seit dem letzten Part. Und deswegen bin ich vielleicht noch ein bisschen raus. Ich muss aber zugeben, ich habe dieses eine Lager hier gerade eben schon mal gemacht, aber da gab es mehrere Probleme mit der Aufnahme. Jetzt läuft hoffentlich alles und ja, ich hatte zwei Probleme hauptsächlich. Einmal verworfene Frames, andererseits wurde kein Sound mit aufgenommen. So, wir versuchen das hier mal. Okay, wir wurden entdeckt. Ich glaube, das bedeutet, gleich kommt unsere Unterstützung. Aber die brauchen wir hier zumindest noch nicht. Hier kommt die andere Maschine. Das ist kein Thema. Feuer mögen die nicht. Deswegen können wir draufhalten. So, ganz kurz, das habe ich auch dort schon gemacht. Darum ist das jetzt für mich kein großes Problem, hier kurz die Sachen zu finden und einzusetzen. So, beim ersten Mal habe ich acht Minuten gebraucht. Ich bin auch einmal dabei gestorben. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie schnell das jetzt hier geht. Cool, was Blaues auf jeden Fall. Ich glaube, das war gerade eben nicht so. Aber ja, tach. So, kritischer Treffer. Nummer eins. Menschenkill, ein bisschen Erfahrung, ist sehr, sehr schön mit dem hier hoch. Okay. Den wollte ich eigentlich gar nicht, aber wir nehmen mit. Warum denn auch nicht? So, der ist... Ne, ihr seid beides meine. Ups, Entschuldigung. Ich habe vor Friendly Fire wieder. So, wie man mich kennt. Nehmen wir mit. So, wo ist noch einer? Da ist noch einer. Tachchen. War es das? Oh, ne. Aber hier ist was cooles. Nehmen wir mit. Und dann... Ach du. Ach. Und weg damit. Wie viele noch? Einer noch mindestens. Tachchen. Das war es dann, glaube ich. Nach der Musik. Ne, hier ist nämlich noch einer. Und mit dem Brandfall haben wir den erledigt. Beziehungsweise unser Kollege und wir helfen. Ich glaube, das war... Wie viel kommen denn da? Gefühlt sind das mehr. So. Und... So. Jetzt haben alle Kultisten aus dem Weg geräumt. Und die zwei Maschinen dazu auch. Ich hoffe, der speichert hier. Ich würde sagen, wir markieren uns hier dieses Lager und gehen da hin. Na gut, in drei Minuten haben wir das jetzt gemacht. Das ist doch ein ganz gutes Tempo und eine Verbesserung auf jeden Fall. Spart also ein bisschen Zeit. In den drei Wochen ist es genauso viel oder es ist genauso warm wie davor. Das heißt, die Temperaturen sind nicht wirklich gefallen. Leider. Ich bin echt nicht der Freund von diesen Temperaturen. Aber morgen soll es regnen. Ich nehme das hier am... Welchen haben wir heute? 18. auf. Und den letzten Part habe ich, glaube ich, so um den 21. aufgenommen. Also 7. und jetzt haben wir den 18.8. Ja. Bisschen mehr als drei Wochen. Das kommt... Hin. Wir erwarten mal kurz. Ach, du bist wieder einer, der so... Hast du so ein rotes Ding umrum? Komm, bleib stehen und lass dich töten. Danke. Äh, die Maschine hat Bock. Oder auch nicht. Wir müssen mal gucken. Können wir Brandpfeile wieder machen? Ich glaube, da... Ja, brauchen wir auf jeden Fall welche. Holz ist auch noch so gerade ein bisschen ein Problem. Da haben wir beim letzten Mal ziemlich viel verballert. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das wieder auffüllen können. Jetzt nehmen wir erstmal das Lager. Speichern da. Und haben... Gehört euch einfach um eure Sachen. Ein Teleportationspunkt. Wer war da mit gemeint? Die Monster da hinten? Möglicherweise. So, jetzt gehen wir mal zum Lager Nummer 2. Ich hoffe, es ist egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Und wenn ja auf beiden Seiten unterstützt werden. Was haben wir hier? Lageralarm. Aha. So, ich habe es auch schon beim anderen Mal ausprobiert. Wir können die nicht für einmal Schuss töten. Zumindest, wenn ich mich da nicht groß vertan habe. Gehören die Wachen dazu? Ich bin mir nicht sicher. Wir können auch mit Feuer hantieren, theoretisch. Das juckt die, glaube ich, da nicht im Lager. Wir holen uns natürlich den Loot. Warum auch nicht? Haben wir die Zeit. So, wo sind die jetzt? Da haben wir welche. Ein bisschen werden wir gesehen. Oder gehört. Hier aber jetzt nicht. Okay, den sehen wir hier gar nicht. Nein. Das war knapp. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Als was. Da unten ist einer drin. Okay. Wir haben es anscheinend nicht geschafft, lautlos. Aber das ist kein Thema. Dann jetzt mit voller Militärpräsenz. Oh. Ja, könntest du runterkommen? Ich komme hier so schlecht hoch. Achso, hier geht es aber lang. Nach hier. Und zack. Der wollte Lahn schlagen. Ey. Ah, und daher kamen dann wahrscheinlich auch die ganzen Neun. Oh, ich hätte den Schlag von oben. Okay, das ist dann nicht der schwere Schlag, sondern der... Alter, willst du jetzt ja... So. Nummer eins. Ey. So, jetzt mal kurz heilen. Sind sie mal gleich wieder tot. Und das möchte ich nicht. So. Haben wir es hier? Ach, ich komme. Zack. Kritischer Treffer. Easy. Oh, Entschuldigung. Jetzt da. Okay. Also schlagen wird nicht meins. Wo sind denn die alle? So, du brennst doch. So, explodier genau. Ne, lassen wir mal. So, der verbrennt. Oh, ich brauche Heilung. Danke. So, jetzt haben wir aber keine Ersatzheilung mehr. Achso, ich könnte mal so einen Trank nehmen. Also, ihr gehört zu mir. Entschuldigung. Wo ist denn der letzte Gegner? Wahrscheinlich da drüben. Können wir jetzt leider nicht mitnehmen. Oh, das hat sich gelohnt. Eine Vorratskiste. Das blaue nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, wir haben kurz Zeit zum Looten. Dann nehme ich mir zumindest die Zeit. Und dann gehen wir weiter. Das schaffen wir in dem Fall ziemlich gut. Wir kommen ziemlich gut voran. Meiner Meinung nach. Natürlich, schneller geht es immer. Aber, ähm... Muss ja nicht immer schneller sein. Schneller ist nicht immer besser. Guti, dann ab zum letzten Lager. Haben wir hier noch irgendwas, was wir groß mitnehmen können? Da hinten ja noch ein Feuer. Da auch. Dann gehen wir doch zu dem Feuer. Und gehen davon aus dann zum Lager. So, haben wir noch eine Speichermöglichkeit. Ich glaube, die gehören alle zum Lager, oder? Ja. So, das ist weg. Da hinten ist noch ein... Ist das ein Zäbelzahn? So, du bist weg. Und... Glückwunsch schaden. Dann komm mal her. Ja, nee. So spüren wir nicht. Jetzt sind... Oh, 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 oh. Was bist du? Oh, cool. Die helfen mir. Auf jeden Fall. Ja. Zack. So. Feuer ist... Äh, wir können mal so einen Heiltrank nehmen. Zack. Aua. So. Ja, damit haben wir die. Äh, ja, nehme ich noch so einen Heiltrank. Warum auch nicht? Wobei, bei so einem Feuer heilen wir uns wahrscheinlich automatisch, gell? War jetzt nicht das cleverste. Wobei, so können wir uns zumindest die Pflanzen ein bisschen sparen. Und mitnehmen. Schock. Wachswurzel. Was ist das denn? Hier haben wir was Blaues. Das nehme ich mit. Maschinenkern. Hm, ich bin mal gespannt. Ich hätte gerne... Meine erste Waffe in Violett sollte auf jeden Fall ein Bogen sein. Wenn ich mir das jetzt raussuchen dürfte, weil den nutzen wir einfach am meisten. Dann macht es natürlich Sinn, dann auch richtig gute Modifikationen reinzuhauen. Müssen wir mal schauen, was wir bis dahin finden. Eine haben wir ja, glaube ich, bis jetzt. Okay, das ist voll. Das heißt, Steine schümmt ja. Die gab es ja auch noch, um Wachen da in einen bestimmten Bereich zu locken. Hm. Müssen wir mal schauen. Nutze ich ja jetzt bis jetzt nicht besonders. Aber maybe wann anders. So. Ich verstehe auch nicht, warum es da kurz dunkel wird. Äh. Was ist das hier? Datenpunkt. Drücke. Hm, um es ins Notizbuch anzuzeigen. Okay. Wenn ihr es durchlesen wollt, viel Spaß. Mach ich jetzt nicht. So. Ähm. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch noch mit. Und da hinten ist das Lager. Ich glaube, ich habe da schon jemanden gesehen. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass der Alarm nicht ausgelöst wird. Da lege ich jetzt mein Augenmerkmal drauf. Eine Wache. Äh. Eine Waffe. Ne. Ähm. Eine Falle da vorzulegen. Hey. No. Wo sind die? Das war's mit meinem leisen Auftritt. Oh. Ich weiß nicht. Geht. Da an kill. Wo ist der andere? Da unten. Das ist. Das ist. Das war ja für den ein bisschen blöd. Ich bin gar nicht hier. Ja. Wir sind auch unsichtbar sogar. Das ist ganz cool eigentlich. Könnten wir kurz abwarten. Ups. Das war genau das, was ich natürlich wollte. Ich wollte eigentlich. Ah. Der hätte mich fast erwischt. Könnt ihr mich verarschen? Sehr gut. Äh. 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 Geht das nicht? Ist da eine unsichtbare Wand davor oder was will man das Spiel sagen? Ja. Ja. Da war einfach nur. Also. Das ist schwach. Das, äh. Finde ich wirklich blöd. Na. Wo ist denn? Der hin? Der war doch hier. Ach da. Da ist auch noch eine Maschine. Ey. Ey. Wo wollen ich denn hin? Okay. Also irgendwas. Das Gebiet ist nicht ganz ausgereift, wenn ich das mal sagen darf. Da bin ich höhere Standards gewöhnt von dem Spiel. Au. 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 Der ist ja scheiß Bestie. Ups. Da war. Das war eigentlich ein anderer. Ja. Wo ist denn der? Ich sehe gar nichts gerade. Gefällt. Ein Schlachtgeschehen. Ähm. Keine Ahnung wie ich gestorben bin. Also klar durch den. Aber ich habe halt da nichts mehr gesehen. Finde ich generell schmacht das. dieser behälter dann nicht durch das holz durchschießen konnte da habe ich mehr erwartet so wir machen wir kurz gleich neue pfeile das sind meine ok konnte ich ducken so haben wir hier hohes gras ja hier kämpfe mit mir das habt ihr auch gesehen schlecht und die kämpfen jetzt ich habe jetzt nicht auf das dies lassen so ich sehe natürlich sehr viel danke dafür du magst feuer gell ich komme hier nicht weg warum wechselt er mein heil jetzt habe ich keinen mehr ach ja gut das hätte man auch mal sagen können die maschinen und lass es doch einfach hatte doch nichts getan jetzt kriegst natürlich irgendwie glaube ich packen da hier die pfeile so ein bisschen vielleicht muss ich spiele auch mal neu laden natürlich auch sein das war's für das tier jetzt kommt was zum teufel bist du das ist ganz verrückt hier wo sind meine mitspieler eigentlich auch keine munition das freut mich natürlich ach komm ich hab halt auch keine heilung zum nachfragen ich muss was ganz anderes versuchen aber es kann ich eigentlich abwarten dass es tag wird gibt es dann in funktion weil das ist doch blöd ja ich würde gerne warten die das am lagerfeuer unsere heilung ist auch fast habe ich dir nicht mitgenommen oder wird hier nicht gespeichert ich habe die doch mitgenommen oder ja jetzt wissen wir natürlich woran es dann auch gerade lag sehr logisch nicht an mir die schnell speicherung gibt es keine funktion das finde ich ein bisschen blöd vielleicht kenne ich die auch noch nicht das kann natürlich sein foto oh cool ja könnte man hier mal tageszeit und so einstellen oh lol das geht hier wirklich aber das wirkt sich nicht dauerhaft aufs spiel aus oder wir versuchen es mal das ist ja cool um bilder zu machen wobei hier sieht die gegend dauerhaft scheiße aus irgendwie ok muss ich muss ich mal googeln ob es da eine möglichkeit gibt dass man die sachen hier verstellt so ich mache mal kurz feuerpfeile ob ich das sag ja danke so kann der so überhaupt nach also hat er konnte der ding holen tschuldigung ich bringe mich natürlich ganz um ähm konnte der verstärkung rufen das weiß ich jetzt nicht alarm zerstören das geht das heißt kann der jetzt wahrscheinlich nicht mehr die verstärkung war wahrscheinlich das gemeine hier schau lass mal meine männer äh ach nee jetzt kommen doch zu maschinen ups tschuldigung so muss man kurz heilen zack betäubt äh praktisch zack gut dann halt tot tot ist besser als betäubt aber anscheinend kann man hier verstärken ey ich hasse dich so und zack also die maschinen sind fast besser wenn ich die äh wenn ich die wenn ich die ausmocke in dem ich sie erst betäubte das macht dann deutlich mehr schaden so äh hochwertig handhabung oh noch die spule ich weiß doch jetzt nicht wer die wegwerfen soll oder so ist äh können wir ja ach doch die können wir nehmen so jetzt ist noch dieser hässliche vogel da oben so jetzt schnell nachsetzen ey ich hasse dich hier brenn nieder ähm 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 na ach komm zack zack nochmal auf den Boden oh kritischer ich hätte den kritischen Treffer machen können so okay das war's puh er gibt dich zum höchsten Turm neue Quest anscheinend äh ja 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 ich hab mich auf jeden Fall gerecht die Rache der Nora jetzt weiß ich woher der Questname kommt oh nee da hinten sind hier nur so verseuchte Gebietsdinger da hinten auch die sind doch keine Normale oh da sahen die alle so aus äh ich sag nee kann jeder seine Meinung haben ähm gut ab zum höchsten Turm wo ist denn das läuft hier wieder so ein ach nee den würden wir sehen gell diesen Wächter da oh hier haben wir noch was was haben wir da und was ist das hier neue Quest das wird mir so angezeigt hm ich würde gerne hier oh cool hier wird mir auch noch so die Dinger angezeigt hier auch noch eins ne eins zwei drei wahrscheinlich hier oben auch nicht nur drei von diesen Blutstätten noch ah okay ähm dann geht's da lang gehen wir einfach da hin es läuft nicht so ein Ding hier rum bedeutet da müssen wir nicht drauf aufpassen irgendwo hoch zu kommen wenn man das mal braucht das ist richtig Eloy hey es wird da hinten das ist doch wieder so ein Säbelzahn wobei können wir die jetzt reiten können wir die nicht reiten ich bin mir da ich möchte ich's ausprobieren ich meine mit Feuerpfeilen gehen die ja ganz gut kaputt eigentlich ah nee das ist so ein verseuchter da können wir's vergessen zum höchsten Punkt sieht so ein bisschen aus dass da hinten wie so ein Stadion könnte hinhauen zu verlassen ist natürlich aber hm nun gut gehen wir hoch zu Soma die freut sich hoffentlich uns zu sehen ich glaub die ist zumindest da so oder Sona nicht Soma sondern Sona was hast du zu sagen mit den Lagern lief es gut und jetzt zum Metallring seine hohen Welle schützen den Feind wir müssen dort hinauf wenn wir entdeckt werden unter Beschuss ich habe eine andere Idee ihre Basis hat eine Schwäche schickt mich alleine vor dann nutze ich sie aus wenn ich es schaffe reiß ich ein so großes Loch in diese Mauern dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann das klingt nicht schlecht solange ich mit dir komme eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft Kriegsbereitschaft jawohl du kannst mit Aloy gehen aber sei wachsam ja Kriegsherrin versprochen geht jetzt wir warten auf euer Signal natürlich tut ihr das Folgewahl anscheinend müssen wir doch da hinten in das Stadion aber das sah ziemlich offen aus wenn ich ehrlich bin auf der Karte wir nehmen mal kurz hier alles mit was wir kriegen können weil wir brauchen das nach diesem Angriff ich hoffe es wird mir besser gelingen als das gerade eben haben wir einen das frage ich mich aber auch also da ist er nicht alleine nehm mal mit hier hoch aha ähm nimm meine Hand sehr schön suche Metallring einen Blick auf die Lohe heißt das nicht Loche wenn ja dann wüsste ich dass das irgendwie Zinder gibt aber ja vielleicht sollten wir den Brandpfeil mal wegstecken sind hier oh da ist oh okay das sind ein paar äh paar ein paar red mal mit Dialekt ähm was willst du hier rüber Entschuldigung aus dem Weg und in Deckung das war nicht der Plan oder das lassen wir mal achso du hast den immer noch nicht ich dachte wie lange brauchst du denn ich habe ihn jetzt seit drei getötet okay wir brauchen auf jeden Fall wieder Heilung ja das war dieser eine Kampf der uns da so viel gekostet hat aber nun gut so ich oh das hört mir doch da runter Buch noch zwei nimm du den linken ähm okay bist du bereit so sollte man das wahrscheinlich machen deutlich äh akkurater was ist denn jetzt los so haben wir es damit achso da kommen wir hoch okay da siehst du den unterstand siehst du die verderber konzentrier dich wahl dort ist lauter lohe drin ein riesiger vorrat wenn ich sie hochjage zerstört das die verderber und lässt den wall einstürzen das schlägt eine bresche für die nora von hier aus treffe ich sie nicht wir müssen näher ran ich mache das du gehst zurück erklärst Sona den Plan und bringst alle linkseite das mache ich und wenn der wall einstürzt werde ich den angriff führen jetzt muss ich es nur noch in die tat umsetzen richtig jetzt müssen wir es nur in die tat umsetzen aber das werden wir natürlich nicht jetzt machen sondern im nächsten part weil es ein guter abschluss und der part ist auch rum darum vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat der part gefallen schaltet gerne beim nächsten mal wieder ein wenn es hier heißt wir lassen was explodieren in horizon zero dawn bis dahin habt eine wunderbare zeit macht gesund tschüss tschüss